Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fans-Schwänze-Video. Hallo, ich bin gerade in Berlin, Fassanian Allee, Eberswalder Stadt. Und zwar geht das Wochenende für mich heute schon mit der Oksak los. Ich habe drei Sachen, die ich mit euch machen werde und deswegen werze ich euch einfach mit. Was wir heute machen ist, wir gehen zur Start der Schauspielschule, weil die haben mich nicht gefragt, ob ich mal an einer Probestunde teilnehmen möchte. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg dahin. Mal gucken, wie das heute wird. Eine ganze Stunde kann ich nicht filmen, ich halte mich nur so hier und da was. Und morgen gehe ich in den Mode-Salon und lasse mich dann mal neu einklappen. Und abends geht es dann beim Jump Berlin, heißt das glaube ich, geht es Trampolin springen. Habe ich schon mega Bock drauf, das ist bestimmt richtig, richtig gut und da freue ich mich auch schon total. Und ja, also die Leute gucken sehr, sehr komisch, was ich dann hier mache. Ich fühle mich auch ein bisschen seltsam, aber im Endeffekt, who cares? Hallihallo, okay, die Stunde ist jetzt vorbei. Ich konnte überhaupt nichts filmen, weil wir wirklich konstant damit beschäftigt waren, halt Übungen zu machen. Am Anfang so Aufwärmübungen und dann ging es in den Raumlauf. Wer sich schon mal mit Schauspiel beschäftigt hat, der weiß auch ganz genau, was das ist. Raumlauf bedeutet im Endeffekt, dass wir durch einen Raum durchgehen und das in verschiedenen Tempi quasi macht. Und dann nochmal, wir haben dann nochmal so Impulse bekommen, wenn wir irgendwas spielen sollten. Wie zum Beispiel, dass wir einen total schweren Koffer tragen. Oder dass wir einen Lotto gewonnen haben und so weiter und so fort. Und ja, das hat super mega viel Spaß gemacht. Und dann konnten wir auch ein bisschen Schaus spielen. Tschüss! Und ja, das war ganz witzig, auf jeden Fall. Und jetzt ist die Stunde vorbei und mal gucken, jetzt werde ich mir noch ein paar Informationen holen. Und darüber einen Blogbeitrag schreiben, wo ich dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen werde, wie es denn war. Ähm, genau. Ich bin jetzt hier am Mauerpark. Werde ein bisschen komisch angeguckt. Ist ja klar. Und jetzt, ähm, mach ich nach Hause. Ah, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und das ist jetzt auch nicht mehr so spannend. Und deswegen sage ich vielleicht Tschüss. Und wir sehen uns morgen, wenn es in den Mode-Salon geht. Den spreche ich auch so doof aus, weil der mit Ted geschrieben wird. Und nicht, weil ich nicht weiß, wie man im Salon spricht. Okay, bye! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Felsi-Schmerzen-Vlog. Beziehungsweise zu einem neuen Tag. Weil, äh, ich werde das alles nicht zusammenschneiden. Äh, ja. Hallo! Wir sind jetzt am... Ähm, nochmal. Also, heute ist Freitag. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Salon. Hallo! Ich hab's endlich geschafft. Ähm, ich war ein bisschen zu spät. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ähm, ich bin jetzt hier bei dem Bitterloch. Und, ähm, das ist quasi der Pop-Up-Store. Und, ähm, hier sind überall, ähm, sowas zu reden, so sportlich zu spielen. Und so weiter sind hier die, ähm, die Klamotten. Und jetzt sind wir gerade rumgegangen und haben uns ein bisschen, ähm, was ausgesucht. Und ich konnte das direkt anprobieren. Und es sind so coole Sachen dabei. Hätte ich mich gar nicht vermutet. Uh, hier so am bisschen Banks Casual.. habe ich noch gar nicht geguckt. Uh, naja da kann man sich so schicken. Ich hab erstmal was bes Bilder yuan geschossen. Okay! Bäh. Ich kann mir gleich ein nettes GIF machen. Ich kann das gar nicht so... Aber es ist ok. Achja.. Ok, 2, 1 undos. Ich habe jetzt alle meine Sachen ausprobiert. Wir haben noch ein paar mehr Sachen besprochen, die wir quasi in die Box mit reinpacken wollen oder die wir halt in diese Box reingepackt werden. Ich bin schon ganz gespannt, wenn sie ankommen. Sie werden die Woche dann ankommen und ich freue mich schon wieder. Und jetzt wollte ich euch noch mal ein bisschen diesen Pop-Pop-Store genauer zeigen. Also ich laufe einfach mal genau so rum, wie man hier reinkommt. So, das sind die Erdnungszeiten. Und hier meldet man sich ab. Da geht es schon los mit Accessoires, die Klamotten. Hier die Ecke gefällt mir besonders gut. So, blau-weiß gestreift, voll mein Ding. Da gibt es immer noch Accessoires dazu. Und so sieht es aus. Und der Pop-Pop-Store ist halt eine Kooperation mit Westing & Nau. Die haben quasi die Möbel für den Pop-Pop-Store gestellt. Und das ist auch ein Online-Shop, wo ich sehr, sehr gerne einkaufe. Weil die haben immer so tolle, moderne Sachen für die Wohnung. Finde ich total krise. Ich weiß gar nicht, warum der in der Kinderecke ist. Den würde ich auch genauso tragen. Okay, also ich bin in Berlin und ich muss acht Minuten auf meine Tram warten. Das ist auch jetzt endlich. Das ist so ziemlich das längste, was man in Berlin warten kann. Verkehrsmittel. Das ist Ätzend. Also man wohnt außerhalb. Dann darf man mit 20 Minuten bis zu einer Stunde warten auf ein Verkehrsmittel. Das ist noch ätzender. Deswegen, yay, gelieb. Das ist voll schönes Wetter. Sonne. Das ist warm. Das ist schwierig. Ich schwitze. Meine Brille beschwickt ständig. Und hier sammelt sich da so schönes... ...Nasen. Ja, das war doch ganz nett da in diesem Salon. Es war ganz witzig, dass wir da direkt schon so viele Sachen gefunden haben, die halt echt cool waren. Und ich es dann direkt anprobieren konnte. Hier ist es in meiner Boxplan. Und genau, vielleicht mache ich ja dann einen Try on a Ball. Wie man das auch immer nennt. Wenn ihr das sehen wollt, dann sagt mir doch einfach in den Kommentar Bescheid. Und wenn ihr das heimgepackt, dann lasst es. Oder ich mache es drauf. Oh, nur noch vier Hanken. Juhu! Okay, also wir sind jetzt beim Jump Berlin. Ich bin beim Jump Berlin. Willst du mit dabei? Das ist meine Kollegin Bereth. Ja. Wir machen immer voll coole Sachen. Dann gucken wir schon mal die Digga. Genau, mach das mal. Äh, ich bin ewig hierher gefahren. Ich habe eine Stunde gebraucht und dann irgendwo in der Karl-Bond-Hil-Vernärten-Klinik ausgestiegen. Das wird überhaupt nicht passend. Erstmal durch Buxtehude gelaufen. Der Bus ist direkt von meiner Nase voll weggefahren. Ne, Hashtag, weil wir dich lieben. Ganz toll, danke, danke. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben uns schon umgezogen. Ich habe auch so tolle Socken bekommen. Und jetzt geht's gleich los. Wir machen ein zweistündigen Workshop mit, wo wir quasi gezeigt bekommen, wie man das hier macht. Äh, ja. Und damit ihr wisst, was wir überhaupt machen, machen wir das hier. Seht ihr das? Trapolinspringen in einer riesigen Halle. Das wird total cool. Freut mich auch. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich mit meiner Brille wird. Vielleicht muss ich sie doch irgendwie ablegen. Aber das sehe ich nicht. Ich erkläre euch ganz kurz ein paar Sachen, da wäre ich jetzt dabei gefilmt. Ja. Sag hallo zum Vlog, sag hallo zu YouTube. Hallo Mama, hallo. So, jetzt. Hi guys. Hi. Hi. Das ist Marshmallow. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Ja. Wir sind hier grad voll am Jumpen. Es ist jetzt schon total anstrengend. Ich hab schon ein bisschen was gezeigt bekommen. Wir haben hier den Altersdurchschnitt von diesem Post etwas nach oben gehoben. Und, Entschuldigung, wenn ich erst atem bin. Aber ich hüpfe hier. Ich muss mal runtergehen. Ich verlinke den Kanal hier. Ja, so gut. Ja. Und ja. 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 Das war's gleich für mein Wochenende. Vielleicht film ich morgen oder übermorgen. was. Aber. Wir sehen uns dann. Bye. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Betrag von diesem Blog. Ok. Einkaufschip. Ich bin gerade in der Nähe von der Warschau-Straße, weil wir eingeladen wurden, Kuchen essen zu gehen. Ich kann nach gestern erst mal gar nicht mehr richtig laufen, das war sehr anstrengend. Vor allen Dingen, weil Friedrichsstraße ist, die Rolltreppe kaputt und da muss man von ganz oben gehen, wo die Es-Bahn hält, nach rechts oben, wo die andere Es-Bahn hält. Zu viele Stücken auf einmal. Aber wir haben es geschafft. Und nachher zeige ich euch, wie der Käsekuchen aussieht. Heute haben wir nicht so geiles Wetter. Mit ein bisschen Regen, deswegen auch die Regenjacke. Aber es ist so kaputt. Okay, wir sind gerade in einem Fahrradladen, was gleichzeitig auch ein Café ist. Und es hat heute Neueröffnung. Deswegen so wie hier. Neueröffnung für einen Hund. Es ist perfekt. Schleifig. Ha, süßer. So, wir waren in Ann auf der Warschauer Straße. In Ann auf. Also wir haben Käsekuchen gegessen. Habt ihr ja gesehen. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Aber jetzt fahren wir wieder los. In die Schlossstraße. Muss ja noch ein bisschen shoppen. So, wir sind jetzt wieder zurück aus der Schlossstraße. Wir haben ein bisschen shoppen. Und ein bisschen hier und da geguckt. Und so weiter und so fort. Und jetzt gibt's lecker Abendbrot. Und nachher spielt Deutschland. Und das gucken wir uns natürlich auch an. Und das war's glaube ich mit meinem Vlog. Äh Vlog für dieses Wochenende. Und wenn das euch gefallen hat, dann gebt da einen Daumen hoch. Und am besten abonniert ihr mich auch noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye.